Ich will in deinen Trupp. Mein Trupp? Mein Trupp hängt am Strand rum. Die Jungs machen keinen Finger krumm, bis der Käpt'n wieder da ist. Das kann ich dir versprechen. Aber wenn du allen zeigen willst, was du drauf hast, kannst du dir ja mal den Strand im Norden vornehmen. Der ist voller Lerker. Und was weiß ich noch allem. Zieh die Sache alleine durch und du verdienst dir den Respekt. Der Lerker will kommen in meinem Trupp. Ach, ich hau mich wieder hin. Der Strand im Norden ist sauber. Was ist mit der Höhle? Warst du da auch schon? Klar. Sauber. Bist ein guter Mann. Hier hast du deinen Lohn. Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Im Moment nicht. Such dir erstmal ne Koje und trink dir ne ordentliche Buddel rum. Ah, das Zeug ist gut. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Was ist denn schlimme Sache? Er hat doch die falschen Leute gehört. Tja, das hat er wirklich behauptet. Hey, du. Ich will in deinen Enter-Trupp. Tja, dann willkommen in meinem Enter-Trupp. Wieder einer mehr, der uns hilft, die Banditen vom Hals zu halten. Hm, ich hätte jetzt gesagt, schnapp dir einen der Jungs und räuchere die Mistkerle im Turm aus. Aber du hast es ja schon erledigt. Tja, dann bin ich. Tja, dann bin ich. Tja, dann bin ich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Aha, Francis Heuerbuch. Der Mann scheint sich eine Menge Gold in die eigene Tasche zu wirtschaften. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.